Hey Leute, willkommen zu einem neuen COD-Video. Wir sprechen heute wieder ein bisschen über das nächste COD, World War II. Und wir schauen uns heute so ein bisschen an, was für Waffen und Aufsätze denn möglich werden in der Zeit des Zweiten Weltkriegs für ein COD. Denn ich habe das Gefühl, manche haben so ein bisschen Sorgen, dass wir zwei Waffen hätten dann im nächsten COD. Würde mir natürlich auch nicht gefallen, aber ich glaube, wir werden genug Waffen haben, genug Auswahl haben. Und ich glaube, da müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Es hat zum Beispiel auch ein Thermalvisier gegeben in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und das könnte man benutzen, ohne dass man irgendwie groß was erfinden muss. Das schauen wir uns auch gleich an. Davor will ich noch so ein paar Sachen loswerden. Erstmal zum Gameplay im Hintergrund. Das ist ein bisschen Black Ops 3 Mod Gameplay. Ich spiele dagegen Bots, aber ich spiele eben mit Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und darum geht es eben, dass man die ein bisschen sehen kann im Hintergrund in guter Grafik. Und den Mod, den schauen wir uns später auch nochmal ein bisschen genauer an. Und wir können so ein bisschen Waffen bewerten, die man dort eben spielen kann. Außerdem ist es dann so, dass ich der Meinung bin, dass das nächste COD nicht real sein muss, sondern nur realistisch sein muss. Das heißt, auch wenn irgendeine Sache nicht benutzt wurde in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, wenn sich das gut erklären lässt und wenn es nicht mit dem Setting bricht, kann man vielleicht sagen, dann glaube ich, sollte das trotzdem gemacht werden. Denn das Wichtigste ist immer das Gameplay und nicht der Realismus. Ich meine, wir sprechen hier von einem COD. Auch Black Ops 3 ist nicht realistisch. Keine Ahnung, COD 4 war auch nicht wirklich realistisch. Denn letztendlich kannst du halt einfach mit den schweren Waffen rumrennen, mit den Alpern rumrennen und so weiter. Ich denke, versteht, was ich meine. An erster Stelle, finde ich, sollte immer das Gameplay stehen. Und wenn das gemacht wird im nächsten COD, dann glaube ich, müssen wir uns da wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Kommen wir zu diesem Thermalvisier, das ich kurz angesprochen habe. Da geht es um das Zielgerät 1229 und ihr seht gerade ein paar Bilder dazu im Hintergrund. Ist ein Riesenteil, das muss man auf jeden Fall sagen. Und das hat irgendwie so funktioniert, dass man oben dieses Schwarzlicht hat, das dann alles mit Schwarzlicht vorne beleuchtet und man selber hat dann so ein spezielles Teleskopvisier und kann das dann eben benutzen, um Gegner abzuschießen im Dunkeln. Der Nachteil bei der ganzen Sache, das ist ein aktives Nachtgerät. Das heißt, man hat dort eine fette Batterie mit rumschleppen müssen. Ihr seht das auch auf den Bildern. Dieser Rucksack ist die Batterie für dieses Gerät. Das ist der Nachteil gewesen. Deswegen wurde das jetzt nicht mega viel benutzt irgendwie. Aber bei einem COD würde das ja kein Problem sein. Dann hat man halt hinten diesen Rucksack mit dabei auf dem Player Model. Aber wen juckt es? Also wenn man dann nicht langsamer wird damit, ist das überhaupt kein Problem. Man könnte so eben ein Thermalvisier benutzen. Vielleicht schrumpft man die ganze Sache noch ein kleines bisschen, damit nicht alles versperrt ist, wenn man die Waffe vor sich hat. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man ein Thermalvisier benutzen kann im nächsten COD. Es ist dann so, dass natürlich auch ein Rotpunktvisier möglich ist. Natürlich nicht mit einem Laserrotpunkt, sondern einfach mit einem aufgemalten Rotpunkt. Sowas hat es ja auch schon gegeben in World at War. Dazu seht ihr jetzt gerade auch ein paar Screenshots im Hintergrund. Das heißt, da haben wir unser Rotpunktvisier und auch ein Zoomvisier wäre natürlich gut möglich. Ein ACOG-Visier, das natürlich nicht so heißt und ein bisschen anders aussieht. Aber so ein Zoomvisier wäre natürlich gut möglich. Man hatte eben auch bei diesem Nachtsichtgerät so ein Teleskopvisier. Und warum nicht einfach nur das Teleskopvisier als Aufsatz bereitstellen? Und damit, glaube ich, wäre man dann auch gut zufrieden. Auch andere Aufsätze sind natürlich ohne Probleme möglich. Das heißt, klar, ein Zwei-Bahn funktioniert, ein Griff funktioniert. Schallgedämpfte Waffen hat es natürlich auch schon gegeben. Ich weiß nicht ganz genau, ob das ein Aufsatz war. So wie ich das verstanden habe, war das kein Aufsatz, sondern die Waffen wurden gezielt als schallgedämpfte Waffe gebaut. Aber warum da nicht einfach einen Aufsatz draus machen, der dann auf die meisten Waffen passt, wäre ja auch kein Problem und sorgt eben dafür, dass das Gameplay so ein bisschen flexibler ist, kann man sagen. Und so Sachen, die man jetzt in den neueren CODs hat, wie Schaft, Schnellziehen, Großkaliber, schnelles Magazin und der ganze Kram, der wäre natürlich auch möglich. Denn den kann man einfach realistisch erklären. Das heißt, man hat halt bei der Schnellziehwaffe nicht irgendwie einen speziellen Schnellziehgriff zum Beispiel mit dabei, sondern vorne an der Waffe ist irgendwie Stoff oder Leder. Oder man hat so ein Lederband an der Waffe, kann die Waffe deswegen durch dieses Lederband oder durch den Stoff sehr gut packen und schnell nach oben ziehen. Bam, da haben wir dann den Schnellziehen-Aufsatz. Und beim Schaftaufsatz wäre das natürlich auch möglich. Vielleicht wurde dann Stoff hinten auf die Waffe gepappt. Und deswegen liegt dann die Waffe vielleicht mega gut in der Hand, wenn man anvisiert. Und deswegen kann man sich dann schneller bewegen, wenn man gerade anvisiert. Damit wäre auch so ein Aufsatz erklärt, ohne Probleme. Großkaliber könnten spezielle Munitionstypen sein. Das würde auch funktionieren. Im Prinzip geht das alles. Schnelles Magazin kann dann irgendwie ein Magazin sein, was irgendwie weiter oben noch befestigt ist, irgendwo an der Kleidung. Und deswegen kann man schnell wechseln und so weiter. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Diese ganzen Aufsätze, diese ganzen Eigenschaften für die Waffen, die könnte man einfach gut erklären, zum Setting passend erklären. Dann wäre das überhaupt kein Problem. Und wir müssen eigentlich kaum Abstriche machen. Natürlich so ein bisschen Sachen fallen natürlich weg. Aber im Großen und Ganzen sind auf jeden Fall ziemlich viele Aufsätze möglich. Auch bei den Waffen ist es so, dass wir wirklich verdammt viele Waffen zur Auswahl haben. Und im Hintergrund seht ihr jetzt mal die Wikipedia-Liste mit den Waffen, die genutzt wurden in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und das sind verdammt viele. Das heißt, auch da müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Mit Ausnahme vielleicht bei den vollautomatischen Sturmgewehren. Denn da hat es nicht wirklich viel gegeben. Ich kenne mich nicht wirklich gut aus mit Waffen. Aber so wie ich das überblicke, wurde in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und in diesem Krieg eigentlich nur die STG-44 benutzt, so wirklich. Von der Waffe hat es dann aber so ein paar Vorfolger gegeben, so ein paar Prototypen. Und es wurde auch an der STG-45 gearbeitet. Und diese Waffen, auch wenn sie nicht wirklich viel benutzt wurden, könnte man natürlich auch mit in den Multiplayer werfen. Und auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg hat es so ein paar vollautomatische Sturmgewehre gegeben. Die Avtomat Fyodorovar zum Beispiel und die AWS-36. Ersteres wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Die Waffen könnte man aber natürlich auch für den Multiplayer irgendwie benutzen. Und wenn man dann sagt, okay, man will noch mehr Sturmgewehrartige Waffen, man will in dieser Kategorie irgendwie noch mehr Zeug haben, dann könnte man vielleicht hingehen und könnte einige LMGs nehmen und könnte diesen Waffeneigenschaften von einem Sturmgewehr verpassen. Ich habe das Gefühl, dass das zum Beispiel bei Battlefield 1 bei manchen Waffen gemacht wurde. Ein Beispiel ist hier die BAR, die wir kennen aus Battlefield 1. Und die Waffe spielt sich eigentlich so ein bisschen wie ein Sturmgewehr. Klar ist eine LMG, spielt sich aber wie ein Sturmgewehr. Und damit hat man dann ein Sturmgewehr vom Spielgefühl her. Und wenn man das Spiel programmiert, kann man ja einstellen, dass eben die leichten LMGs, also die leichten, leichten Maschinengewehre, bestimmte Eigenschaften haben, die halt Sturmgewehre haben. Das heißt, schnelle Laufgeschwindigkeit oder schnellere Laufgeschwindigkeit als bei den anderen LMGs, schnelleres Anvisieren und so weiter. Und damit kann man eben einige LMGs zu Sturmgewehren machen, spieltechnisch auf jeden Fall, ohne dass es eigentlich Sturmgewehre sind. Ich hoffe, man konnte hier verstehen, was ich meine. Aber mit so einem kleinen Trick kann man eben dafür sorgen, dass man da einige LMGs loslösen kann und die dann eben zu einer neuen Waffenkategorie schieben kann, weil es eben die mega leichten LMGs sind. Die mega leichten, leichten Maschinengewehre. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, lasst euch das nochmal von mir in den Kommentaren erklären. Sagt dann einfach Bescheid. Das heißt, ich persönlich habe das Gefühl, dass wir eigentlich keine Abstriche machen müssen bei den Waffen und bei den Aufsätzen. Ich glaube, Sledgehammer Games könnte da ein wirklich rundes Paket liefern. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, sogar so ein Visier, wo man verschiedene Sturmstufen hat, wäre vielleicht rein theoretisch möglich. Man kann jetzt sagen, dass man einfach verschiedene Linsen hat, in dem Visier und dass man die hin und her klappen kann. Das heißt, wenn man weiter reinzoomen will, dann setzt man die Waffe kurz ab, klappt die eine Linse nach oben und hat dann eine andere Zoomstufe. Vielleicht würde sogar sowas funktionieren. Also ich glaube, wir müssen uns da überhaupt keine Sorgen machen. Und ich glaube, das könnte ein gutes, rundes Paket werden. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, wir schauen jetzt noch in den Black Ops 3 Mod, der die Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg zu Black Ops 3 bringt und bewerten so ein paar Waffen. Davor allerdings, schreibt gerne eure Gedanken zu, den ganzen Aufsätzen zu den Waffen und so weiter in die Kommentare. Ich bin da wirklich mal sehr gespannt auf eure Meinung zu der ganzen Sache. Habt ihr irgendwie Angst bei einer bestimmten Sache? Lasst es mich wissen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht können wir da so ein bisschen drüber diskutieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und ja, wir schauen uns jetzt den Black Ops 3 Mod an. Okay, wir sind jetzt im Spiel. Wundert euch nicht über die teilweise etwas komischen Animationen. Die ganzen Waffen wurden natürlich nicht für Black Ops 3 gemacht, sondern für Call of Duty 2. Und dementsprechend fehlen da ein paar Sachen. Beim Rutschen zum Beispiel, glaube ich, gibt es keine richtige Animation. Und beim Sprinten ist es auch zum Teil ein bisschen komisch. Aber das hier ist jetzt die STG 44. Das heißt eben das Sturmgewehr, das die meiste Zeit benutzt wurde. Wie gesagt, gibt es jetzt dann natürlich auch ein paar LMGs, die vielleicht als Sturmgewehr funktionieren könnten. Zum Beispiel jetzt die BAR, die ich gerade in der Hand habe. Das Ding könnte man eben mit den ganzen Eigenschaften verpassen von einem Sturmgewehr. Was jetzt zum Beispiel der Fall ist in diesem Mod. Das heißt, ich glaube, ich habe die ganz normalen Geschwindigkeiten von eigentlich allen Waffen. Und das Ding spielt sich dann eben schon fast so ein bisschen wie ein Sturmgewehr. Und genau sowas könnte man eben benutzen. Und man könnte da einigen Waffen eben diese ganzen Eigenschaften geben. Und hier haben wir jetzt dann noch eine MP, die, glaube ich, nicht so wirklich bekannt ist. Das heißt, es gibt immer so ein paar Waffen, die jeder kennt. Das ist jetzt die M3 Grease Gun. Ich glaube, so wird die gesprochen oder Greasy Gun. Und das heißt, auch da gibt es genug Waffen, die man irgendwie benutzen kann. Auch da gibt es genug Vielfalt. Da könnte was Schönes auf uns zukommen. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall so festhalten. Ja, ich wollte euch die Waffen einfach so ein bisschen zeigen, damit ihr da auch ein bisschen was seht. Das ist ein Mod für Black Ops 3, der ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr praktisch auch selber noch austesten, falls ihr die PC-Version habt. Ansonsten macht es dann mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Lasst, wie gesagt, eure Gedanken in den Kommentaren da. Und wir sehen uns bei einem neuen Video. Macht's gut.